Safe and Sleep Ach so, das ist dann kaputt gegangen, oh nein Alter, Hunger I, ah, oh I, ah Muss ich mal einen Soda Light trinken und mal den gelben Energieriegel essen Ein Snack Aber echt? Hab ich jetzt automatisch was draufgelegt? Hab ich, okay, dann zieh ich mir grad mal einen Pulli an Oh ja, die Trophäe, die Möwenschädel Alter, ich dachte gerade, das wäre ein Tornado Die Sonnenreflexion Guck dir das mal an Die spiegelt sich im Wasser wieder Ein bisschen besser als der Minecraft Shader So, meine Damen und Herren Willst du hier was essen? Ich hab ja schon voll Ja, natürlich Guck mal, die Sonnen strahlen auf dem Meer Wenn du da hinguckst Okay Siehst du dich? Ich hab hier jetzt zuniesig eingestellt Ja, warum machst du denn sowas? Ich weiß ja auch nicht Ich muss noch gucken Die Grafik hat eigentlich viel mehr ab Ich hab aber eher ein bisschen weniger Äh, Weiz hoch Lichtstreuung hoch Sonnenschein-Oklusion Machen wir die mal an Oklusion? Das klingt so gestilzt auf Deutsch Hallo Alter Hast du das gehört? Ja Ich hör's auch immer noch Sehr schön Ja, jetzt ihn gerne Achso Ozeanqualität Die wollte ich eigentlich auf hoch tun Ja Oder zumindest auf niedrig Alter Oh ja, jetzt ist schön Oh, die hat sich ein paar Kopfen noch bewegt Alter Die Sachen immer rumfliegen Und die Trophäe Ich find das witzig Wenn du genau hinguckst Dann siehst du Dass dich Äh Schon während du die Die Körperteile hochnimmst Dass sie sich noch auf dem Boden befinden Das ist ziemlich lustig Hm Ob das noch ein Bug ist? Man weiß es nicht Fall für Galego Mystery auf jeden Fall Ja, würd ich auch sagen Ich will jetzt ein Ich will jetzt eine Trophäe machen Ähm Oh nein Ja, ich denke mal nicht Dass das hier Ewig unser Heimatort bleiben wird Doch, klar Man kann ein SOS aus Stein legen Okay Was bringt denn das? Ich weiß es nicht Vielleicht kommen da die Leute in Holland ab Ja, so ist es muss man machen Ach stimmt Das verstörende Ende Was Leute in die Psychiatrie gebracht haben Ja, ja Das hab ich schon gesehen Ja, ja Das ist krank Das ist toll Das ist wirklich verstörend Aber in die Psychiatrie Will ich jetzt nicht behaupten Da hab ich schon schlimmeres gesehen Aber ich glaub Da rechnet man nicht mit Also Okay Bloß nicht spoilern Ich bin ja noch eine Jungfrau Ähm Du doch Äh Ja, ich spoilere dich Ich will jetzt Einen Tierkopf will ich In eine Tierleuchte So schön im Video spoilern Das wär doch toll Ja, für alle Ich kann nicht mehr weitergucken Ach, Kopfdrufe, jawohl Ach nee Stimmt Wir wollten ja woanders leben Ja, ja Dafür, dass wir woanders leben wollten Ist ja schon ziemlich gut Dass wir hier drei Schildkröten-Dinger aufgestellt haben Ja, ja Kann man ja wieder abreißen Ja, aber dann kriegst du die Sache Noch nicht mehr wieder, oder? Doch Ach, nie Oder? Doch Der Panzer Oder? Na, der liegt jetzt hier Unbrauchbar Oh, der hat, nee Ich geh in die unbrauchbar Mist Ja gut, dann warten wir noch Bis zwei Schildkröten kommen Und dann ziehen wir weiter Wobei, wenn wir hier am Wasser langgehen Ja, wir gehen hier weiter Wir finden hier noch neue, ja Na gut, sonst haben wir ja alles Wichtige, oder? Ja Wir haben nur kurz gegessen hier Wir brauchen natürlich wieder was für die nächste Nacht Klar Provisorische Unterstand Schildkrötenfleisch Achso Ja, also sagen, dass es nicht verdirbt Den Appetit Ja, das tut es ja sowieso Also ich habe noch nie Schildkrötenfleisch gegessen Du etwa? Doch Gerade am, an diesem Morgen hier Ja, ja Achso, okay Was war das denn? War das ein Oktopusarm? Glaub ich nicht Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Zwei kleine Steine Oh, das war ein Stoff Aber das sah komisch aus Jetzt bin ich einfach Stoff rumliegt Ja, da war es ein Oktopusarm Ach Das sind Seesternhöchste Eins von beidem Ne, ne Ich konnte die wieder aufsammeln auch Oh, ein Wohner Oh nein Mit ihren Rolexen Oh Oh, ein Wohner Oh, oh Der kommt hinterher Wo bist du? Da Hier Spaß am Leben Oh, der bewegt ja mal anders so Ne Andertaler mäßig Ja, ist er auch Ich bewerf ihn mit Wir bewerfen sie mit Ziegelsteinen Aber ich möchte die irgendwie Ich mag, ich mag ihn ja anders scheinen lieber Oh ja, hier Ich habe beworfen Das ist doch Bullshit Loll Komm her Wenn du Eier hast Oh jetzt kommen die Oh ja, oh moin Fick dich Fick dich Schleich die Ja Oh nein Oh oh Grattler Grattler Okay, ich helfe dir Okay, ich helfe dir Oh, ich bin halb tot Und dann Die schreit So habe ich auch geschrieben vor der Aufnahme Ja Okay, ich helfe dir So Alter, Alter, Alter Mach mich dicht Der mach mich fest Zähne Nein, Alter Hilfe, 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 Hilfe Ich glaube, wir strahlen uns die ganze Zeit entgegenseitig, ich kann das Weiß ich nicht Ich will schwimmen Oh fuck, 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 oh fuck Der kommt ja hinterher Schnell Aber schwimmen kann er nicht Alter Medizin Oh ja. Holy fuck. Wie kannst du dir Medizin nehmen? Ich konnte dir nicht Medizin nehmen. Ja, hab ich ja. Warum konntest du das nicht? Ich kenne doch nicht mein Inventar unter Wasser. Ja, ja, ich war ganz knapp über Wasser. Das war ja das Problem. Deswegen war das ja so knapp. Wo ist Medizin? Ach, hier. Oh, oh, der passt. Ja, alter Assis. Wie soll man in unser Lagerfeuer laufen und sich knusprig braten lassen? Ja. Da haben wir gerade Spaß mit ihren Szenen gehabt und schon werden die wütend. Aber echt. Aber da können wir gleich unsere Dinge upgraden. Das ist ganz gut. Dinge. Ja, ja. Wir brauchen eine gute Achse, aber die... Kann man sich die craften? Oder musste man die sich finden? Ja, ja. Die Steinachse konnte man. Die konnte man auch finden, die gute Achse. Ja, aber die Steinachse kannst du ja auch craften. Das stimmt wohl, ja. Alter, ist ein Assis. Du trotz dich auch gar nicht im Wasser anzugreifen. Ne, ne. Du wirf dich nochmal mit Steinen dann. Obwohl ich bin jetzt wieder voll. Ich kann dann wieder kämpfen. Also die zwei kriegen wir noch hin. Man muss sich auch angewöhnen, mit der Rechtsklick zu blocken zumindest ein bisschen. Ja, ja. Okay. Ach, siehs, ey. Ach ja, der steht wieder auf. Ich will deine Zähne... Oh ja. Und nochmal. Bam. Immer schön aufs Gesicht, dann kriegst du die Zähne. Ja. Okay, ich hab... Arschloch. 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 Oh ja. Der Kopf. Geil. So. Stimme kann man aufhängen, ne? Das ist immer super. Ja. Das finden die einen da nicht so lustig. Ich schon. Oder ein Bein. Ja, den ganzen Tor so schön zerkleinern. Aber gleich ist es nicht für alle, ne? Wenn die die ganzen Köpfe aufhängen, dann... Ja, das ist dann fair. Aber dann heulen die immer selbst. Ja, ja. Ja, ja. Schwäche Dinge. Ja, das ist immer super. Weißt du, als der eine geheult hat und dann verbrannt ist? Ja. Hat er verdient auf jeden Fall. So. Ist doch ein Kopf. Können wir nicht mitnehmen, okay? So, ich guck mal kurz. Ähm... I. Ach nein, das wollte ich nicht kombinieren. Kombiniere, kombiniere. Noch einen Stein? Noch einen Stein. Nein, kein Stein mehr. Noch einen. Nee. Ich brauche ein Bindewittmitte. Nein, das war's nicht. Ja, was versuche ich denn hier? Äh... Weil der Kopf da hier rumliegt. Moin. Wie war denn nochmal das Kaffsting-Rezept? Okay, ich hab... Also, du brauchst einen Stock, einen Stein... Und... Dewewand. Nein, das war's nicht. Dann holst du einen Stock an Regenschirm. Zum Wasser. Doch, war's auch nicht. Ach, wenn ich das jetzt noch gewusst hätte. Verdammt. Wie war denn nochmal das... Die Stein-Axt. Outfit. Outfit. Outfit, oder nicht? Lian? Seit wann gibt's Lianen? Wusste man nicht irgendwie so eine Art Seil da machen? Oder war's irgendwie in einer... Ja, ja, aber das war nicht Lianen. Also, der Fuß, der hier rumstand... Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Komm, lass mal ein bisschen weitergehen. Je will so... Ja, ja, sonst wird's hier gleich wieder dunkel. Ja. Dann haben wir weder Unterstand noch... noch was essen. Noch was essen. Könnte man die Seile nicht irgendwie aus... Der ist der Hort. Die Stein-Kamera-Richtstoff machen, warte mal. Ah ja, stimmt. Sechs Stück zusammen. Oh ja. Kombinieren. Oh ja, ich hab's. Okay, dann zack, zack, zack. Und kombinieren. Ja, ich hab ne Axt. Okay. Kommen da jetzt ein paar Zähne drauf? Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ach, da brauchte man doch Harz, glaub ich, ne? Für die... Damit die geklebt haben. Ja, ja, genau. Äh, mit Steinen, ne? Oh ja. Einmal Stein, einmal Stock und einmal, äh... Seil. Ausrüsten. Oh ja, die gute Axt. So gut ist die auch nicht, aber besser. Ja, ja. Das kann man doch nicht als gut bezeichnen. Aber nein, das ist ein Dorf. Wahrscheinlich waren die das. Die haben wir im Stille ausgerottet. Ja, ja, deswegen. Die kommen... Die kommen daher. Das war bestimmt für alle davon. Ja, das wär super. Okay, Kiesel hab ich jetzt auch schon genug. Kann ich die wieder bewerfen? Das war mir gar nicht lustig. Werden vier Leute getötet und da sind drei Häuser. Also, denk ich mal, wirklich, wenn das wirklich deren Dorf ist, dann war's das. Außer sie haben noch Kinder. Ja. Aber die sind einfach. Die werden wir jetzt alle verkaufen? Ja. In dritter Weltländer. Ja. Die können dann Baumwolle ernten. Ja, das waren die. Oh, ihr scheiß Dorf. Verbrennen dein Dorf. Oh, verbrennen dein Dorf. Oh ja. Oh, hier ist Red, der Chef. Oh, ohne Kopf, okay. Der hat den Kopf verloren, auch kurz, auch knapp, ja. Oh, hier sind Slete. Oh, hier kann man dauerhaft... Wie, wenn die dann so... Boah, da war eine Soda, als ob man die noch trinkt. Ja, klar. Hier kann man dauerhaft schlafen. Die lag einfach so da. Die ist einfach so da. Die lag einfach so da. Gibt's ja nicht. Geil. Ach, was war hier? Welche Koffer die... Warum... Warum sind hier... Egal. Okay, sind Zelda einfach so. Lol. Hier ist ein Grill. Ob der funktioniert? Guck mal. Bei mir ist er gar nichts. Echt? Bei mir ist er ein Grill. Nee, da ist nix. Alter. Yo, yo, Grill, drop it up. Ja. Oh, es fängt an zu schiffen. Hoffentlich wirst du ja nicht vom Blitz getroffen. Das wär doof. Das ist super. Okay, meine letzten gelben Energieregel muss ich essen. Ach, da hinten sind diese Schuhe. Ah, ja. War das eigentlich auf YouTube oder nicht? Oh, Alter, da kommen zwei Asis. Die sind schnell. Na? Wir haben eure... Eure Liebsten haben wir getötet. Geil. Na, soll ich nochmal bewerfen? Das fand die doch immer lustig. Ja. Das fand die echt toll. Wo sind die Kiezen? Hier sind die Kiezen. Hallo. Okay, da konnte ich schon vertreiben. Ich denke, mal Tab für Inventar. Wo ist er denn hin? Ach, da hinten? Oh, okay. Der haut ab. Da kommen die wieder. Über den anderen können wir uns vorknöpfen. Du Spass. Das hast du. Alter. Der hat eine Fassrolle gemacht. Ich glaube, der hat eine Fassrolle gemacht. Oh, Alter. Moin. Zwischen die Beine. Haben die auch so komisch gesessen? Alter, wie die... Oh ja, da liegt ein Zahn. Die Zahnfee kommt. Ja. Da freut sie sich bestimmt. Ja. Ich nehme sie mal auf. Ich nehme sie mal auf. Ach, die Arme brauchten wir auch, die Beine und Arme, ne? Ja. Ich wollte ihn nur mal ein bisschen ablegen. Okay, der freut sich bestimmt, dass seine Ehefreude tot ist. Oh, Alter, der kommt. Miau. Na gut, wer weiß. Vielleicht ja wirklich. Stimmt. Maybe brauchen wir was Essbares. Ess-Essbares. Nee, ich habe ja was. Ist das noch nicht verrottet? Lagerfeuerchen machen. Ich weiß nicht. Wie? Nö, das ist alles noch gut. Als ob das nach einem Tag verrottet. Ja, vielleicht. Ist rohes Fleisch, wenn du... Ja, aber hier, Schildkundenfleisch. Das ist konserviert in Salz. Oh nein, die Spinne ist... Ich hätte jetzt nicht die Spinne zerhauen. Okay. Die Spinne ist im Stein gewesen. Die Spinne. Ja, voll spinne. Die Axt ist halt langsam im Schlagen, aber macht mehr Schaden. Das ist die Sache. Ja, wenn man da die Federn dran macht, dann ist sie gut. Ja. So dumme die Federn. Richtig, richtig... Die sollten auch langsam mal anfangen mit Holz. Oh, hier ist das Schildkröte. Hey. Die in die Mitte bitte. Dann da. Nee. Nicht den Zahn. Der Zahn macht mehr Dammit, aber ich will lieber schneller schlagen. Ich glaube, da habe ich mehr von. Wo ist das Baumharts? Da ist das Harts. Und kombinieren. Ah, sie kombinieren, kombinieren. Oh, man. Oh, jetzt muss man das... Oh, man darf die nicht mehr individualisieren. Schade. Oh nein. Hinhängt die Federn und so, aber... Das war auch dumm. Das war voll die Zeitverschwendung. Oh, das ist Schildkröte. Wasser. Ja, das war schon die Zeitverschwendung. Und es regnet auch. Ja. Guck mal, das ist eine Landschildkröte sogar. Aha. Man muss sich am Kopf treffen, aber ein Panzer bringt es nicht. Komm wieder raus. Baum fällt. Hoffentlich liegt auf mich drauf. Ist sie jetzt tot? Bei mir lebt die immer noch. Die versteckt sich immer. Die da war weg. Jetzt kommt sie raus. Alter. Zack, zack. Oh ja, jetzt ist sie tot. Jetzt kann ich den Platz haben. Okay. Nice. Meine lebt noch. Ja, du musst da einmal weggehen und dann, wenn sie wieder rauskommt, einfach... Ja. Ja, sie will wieder. Oh ja, hier ist ein Teich. Hier kann man trinken. Oh, sie ist dead. Kabin. Unschöne Flasche die Nacht. Jawohl. Oh, der ist vergiftet. Egal. Trotzdem geil. Der Teich ist vergiftet. Ich gebe ihm mal nochmal eine Energieriegel rein. Stopp. Gelbe Energieriegel. Von Seitenbacher. Ja, das ist immer gut. Oh, das ist ein Assi, oder? Ah, nee, das war nur ein Baum. Okay. Ich bin auch da. Du bist auch ein Assi, das stimmt. Warte mal, mit Harz war das, ne? Aus dem Harz. Ja, ja. Und dann mit Feder oder, äh, Zahn kombinieren. Feder hab ich noch gar nicht, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, weil ich die ganzen Vögel getötet hab, hab ich die bekommen. Ja, die, die, die Möwe hab ich auch schon... Ja, aber du musst die schnell einsammeln. Die fliegen ja immer durch die Luft. Ach, stimmt. Ja, ja, okay. Du musst immer den Skill haben und die einsammeln können. Entfernt man nochmal alles, ja. Den ich natürlich besitze und du nicht. Haha. Du natürlich, klar. Oh, der Wildschwein. Nein, das... Ich will mich töten. Assi. Ja, warum greifst du das auch an? Ja, weil das Fleisch gibt. Oh, hier sind Koffer unter Wasser. Hä? Okay, wie soll man die denn öffnen, bitte? Und das Wildschwein ist tot. Schade. Alter, wie das aussieht. Der ist da drin. Oh, Medizin, okay. Gefällt mir. Und das Fleisch ab. Und ein Trophäen. Wildschweinkopf. Geil. So. Ah, diese Landzungen. Ich weiß nicht, ob die sich so eignen. Da hinten hätten wir hingemusst. Wenn ich das richtig sehe. Das wäre ideal. Ist das nicht ideal? Oder? Das haben wir voll übersehen vorhin. Guck mal, die Landzunge da hinten. Da macht man sich dann so einen Wald rum und dann kommt da niemand mehr. Oh je, das finde ich toll. Lass doch mal hinschwimmen. Kann man da hinschwimmen? Also auf, geht's sofort. Nö, ich zocke lieber. Okay, denne mach mal. Moin. Ah, das ist mal noch ein Camp, ist da. Oh, das kostet Energie. Ja, egal. Das haben wir doch eh alle ausgerottet da von denen. Und selbst wenn, dann die müssen da dann durchs Wasser. Ja, ja, das ist so. Ne, der sollte man echt so einen Camp-Sumpfgrund errichten. Boah, wie geil das Plätschern ist. Hörst du das? Naja, schon. Ich toh nicht aus. Manchmal, wenn diese Wellen kommen, bist du einfach unter Wasser. Voll dumm. Ja, ja, das ist ganz normal. Kann man tauchen. Ja, kann man auch. Ich weiß nicht, was wir über das bringen. Du bist so ein Haubentaucher. Aha. Ja stimmt, das ist richtig krass hier. Oh, da läuft noch ein Assi. Ist das ein Fisch? Kein Wunder. Ne, das war wahrscheinlich eine Spiegelung. Ich dachte sogar, das wäre so ein Krokodil oder sowas. Oh ja, da läuft einer. Der hat Spaß. Hat echt eine Zunge hier. Guckt sich an, was wir machen. Dann lassen wir hier schon mal so ein provisorisches Lager aufbauen. Ja, dann mache ich mal B. Erstmal den Getränkebehälter. Da können wir, der füllt sich ja dann direkt. Das ist ziemlich gut. So. Aber ich glaube, der speichert nicht so viel mit diesen Landringern, oder? Ich weiß nicht. Oder ist das egal? Ich glaube, das ist irrelevant. So, Holz brauchen wir. Können wir noch farmen. Ist ja noch früh. Okay, da hinten ist ein Assi, aber der stört uns ja nicht weiter. Ich glaube, das ist der letzte Überlebende, oder? Wo ist der denn? Der ist da hinten. Wo? In die Richtung, wo ich jetzt gucke. Da hinten läuft er rum. Achso, ja, gut dann. Ich glaube, das ist der letzte Überlebende. Da war noch die Tussi, die haben wir abgemurkst. Und das war noch der Typ. Der ist ganz schnell gerannt. Hm. Okay, ich habe eigentlich nachwachsende Bäume auf Ja gestellt. Ich hoffe, das ist ja auch der Fall. Obwohl, wir hatten noch nie alles abgeholzt. Ja, ja. Stimmt, da hat sich ja mal unsere Map resettet, ne? Das war ja so ein Bug. Waren zwar die Sachen noch da, aber die Bäume waren wieder... Ja, das ist ganz komisch, ja, ja. Die sind dann wieder reingewachsen. Ganz komisch war das. So da nochmal ist... Ja, halt. Ja. Okay, ich... Okay, ich helfe dir. Ja. Oh ja. Alter. Alter. Oh nein. Oh ja. Das hat gar keinen Bock. Alter. Oh ja. Ich dachte schon. Da merkt man klar die Vollversion. Mein Holz schwebt. Ja, wollen wir nicht noch einen zweiten holen? Das reicht doch nicht. Ja. Wir können ja jeder zwei nehmen. Ja, wir müssen doch erstmal... Wir müssen erstmal tragen. Ja, aber wir können doch zwei nehmen. Ich habe doch zwei. Achso. Ich habe einen. Achso. Ne, ich habe schon zwei. Keine Sorge. Sorge. Du hast Hunger für etwas zum Essen. Der Typ kommt mir gleich nicht hier in den Rücken. Das wäre doof. Das wäre mein reiner Tod. Okay, ich erreichte schon mal ein Flagerleuer. Oh ja. Baum fällt. Oh ja, da kommt der Spast. Ich bin genau im Visier. Ohne, dass ich eine Waffe habe. Aha. Schade.